Wir haben jetzt so viel Dreck und es wird einfach viel leichter. Ja, ich bin der Best I could have ever asked for, I couldn't have asked for any more than this. Es war ein bisschen eine Achterbahnfahrt die letzten paar Tage, viel Drama auch. Es ist eine riesen Ehre für mich, dass ich jetzt die erste in Birmingham Medaille heimbringe. Paris ist einfach so ein Wahnsinn, das Publikum ist da. Es ist wirklich ein Traum, aber ich habe es geschafft. Es ist die erste Silbermedaille, wo die Welt dabei ist. Die Stimmung in dem Startup-Frost werde ich nie mehr vergessen. Ich habe nie so etwas erlebt. Es ist möglich, hier in den Paralympics etwas zu reissen. Ja, es ist ein schönes Gefühl, diese zu halten. Ich muss sagen, sie sind aber auch sehr schwer. Das kann ich unbedingt wählen. Das sind eine Goldmedaille, keine. Wie ist dort. Ich bin schlimm bei Hallo noch jemandem mit Guntini. Das ist die H anden vom At ai B recuperhof zu Hause. Ich hoffe, dass ich nicht closchte, meine Beethoven heute Nacht vient noch nachsy completa.